Denk an dein Leben wie an einen Garten. Du pflegst ihn, wählst die Samen der Positivität und des Wachstums aus. Aber manchmal nehmen Unkräuter Wurzeln Menschen, deren Negativität, Drama und schädlicher Einfluss dein Glück ersticken. Es ist leicht, sich schuldig zu fühlen, wenn man Menschen ausschneidet, aber genauso wie ein Gärtner seine Pflanzen schützt, hast du die Pflicht, deinen Frieden zu schützen. Hier ist die harte Wahrheit. Einige Beziehungen sind Energiewampire, die deine Kraft aussaugen, anstatt sie zu erneuern. Wahres Wachstum bedeutet manchmal, den Mut zu haben, sich zu verabschieden und Raum für gesündere Verbindungen zu schaffen. Mach dich bereit! Hier, bei den Eroberern des Stoizismus, stehen wir kurz davor, die heimtückische Natur giftiger Einflüsse zu sezieren und uns mit der Weisheit zu stärken, gesunde Grenzen durchzusetzen. Ich bin Leon und zusammen werden wir erkunden, wie diese Entscheidungen unsere innere Erfahrung formen. Dieses Video ist ein Akt der Rebellion, eine Erklärung deiner Souveränität über deinen eigenen Geist und deine Seele. Jeder Moment ist ein Schlachtfeld für unsere Aufmerksamkeit und Energie. Hast du bewusste Kontrolle darüber, wen du in deine heiligsten Räume lässt? Wenn du nach innerem Frieden hungerst, nach der Stärke, gemäß deiner tiefsten Werte zu leben, dann schließe dich mir an. Abonniere diesen Kanal. Hier konfrontieren wir unbequeme Wahrheiten, die Resilienz schmieden und unser Potenzial freisetzen. Drücke auf den Like-Button, wenn du dich mit dieser Mission identifizieren kannst. Teile deine Kämpfe, deine Triumphe beim Setzen von Grenzen in den Kommentaren unten. Gemeinsam bauen wir eine Gemeinschaft auf, die von der Suche nach Weisheit und unerschütterlichem Selbstrespekt genährt wird. Hier lernen wir, das Chaos des Lebens mit einem fest verankerten inneren Kompass zu navigieren. Stelle dir dein Leben als einen Garten vor, lebendig mit den Farben deiner Erfahrungen. Um dein Meisterwerk zu erreichen, musst du deine Palette schützen. Einige Menschen, auch wenn sie es gut meinen, tragen Pinsel, getränkt in Farben des Zweifels und der Entmutigung. Ohne es zu wissen, verdunkeln ihre Striche die Helligkeit, die du zu schaffen suchst. Der ewig pessimistische Mensch verwandelt Gespräche in Echokammern der Sorge. Selbst Momente potenzieller Freude werden als Vorbote unvermeidlicher Enttäuschung uminterpretiert. Ihre Welt ist ein Saal der Spiegel, der nur Ängste reflektiert und ihr Blick auf deinen droht, die Realität zu schaffen, die sie fürchten. Sie werden zu Architekten der Unruhe, die um jede zarte Hoffnung herum komplexe Geschichten des Scheiterns konstruieren. Sie bieten keine praktischen Ratschläge, sondern eine heimtückische Philosophie. Das Streben sinnlos ist. Optimismus töricht. Ihre Anwesenheit ist eine Last, eine subtile, aber ständige Kraft, die dein Selbstvertrauen untergräbt. Hier treffen Weisheit und Selbstmitgefühl aufeinander. Das Erkennen dieses Musters ist der erste Akt des Widerstands. Sich zu distanzieren ist keine Ablehnung der Person, sondern eine Sicherung deines Rechts zu erschaffen. Es bekräftigt deinen Glauben an die Möglichkeit einer Zukunft, die von deinen eigenen Absichten geformt wird. Denke an deine innere Welt als ein zartes Ökosystem. Du pflegst es sorgfältig, kultivierst Positivität und persönliches Wachstum. Aber manchmal nehmen Disruptive-Einflüsse Wurzeln. Menschen, deren Negativität, ständige Kritik und emotionale Instabilität die Harmonie, die du so hart erarbeitet hast, stören. Während Mitgefühl wichtig ist, ist der Schutz deines Friedens entscheidend. Eine einst liebevolle Bindung zu durchtrennen, kann sich wie eine drastische Handlung anfühlen. Aber bedenke dies. Du würdest nicht zögern, einen Parasiten zu entfernen, der deine körperliche Gesundheit bedroht. Dasselbe Prinzip gilt für dein mentales und emotionales Wohlbefinden. Hier ist eine tiefere Perspektive. Unsere inneren Leben werden von denen geformt, mit denen wir uns umgeben. So wie ein einzelner Tropfen Tinte klares Wasser färben kann, kann ständige Exposition gegenüber toxischem Verhalten einen Abdruck auf deinen Geist hinterlassen. Wahre Selbstfürsorge bedeutet, die Unterscheidungskraft zu haben, wer dich wirklich nährt und wer ständig deine kostbare Energie erschöpft. Der Klatsch ist ein Verbreiter von verzerrten Geschichten. Sie weben Erzählungen aus Halbwahrheiten und bösartiger Absicht. Wie eine Fata Morgana in der Wüste malen ihre Worte ein trügerisches Bild der Realität, untergraben das Vertrauen und brechen Beziehungen. Sich ihnen hinzugeben bedeutet, die Infektion des Verdachts in dein innerstes Heiligtum einzuladen. Denker wie Aristoteles haben die Tugend der wahren Freundschaft verteidigt. Eine Bindung, die auf gegenseitiger Unterstützung und Respekt basiert. Die moderne Wissenschaft bestätigt seine Weisheit. Unser Wohlbefinden ist untrennbar mit den Verbindungen verbunden, die wir pflegen. Schädliche Bindungen zu durchtrennen geht nicht nur um Selbstbewahrung allein. Es geht darum, nach Beziehungen zu streben, die unsere Seelen nähren. Es ist eine erschütternde Erkenntnis, dass einige der schärfsten Stacheln von denen kommen können, die uns nahe stehen. Das kritische Auge wirft einen Schatten auf deine Siege. Anstatt deine Erfolge zu feiern, versuchen sie, sie zu minimieren. Wie eine Krankheit auf einer gesunden Pflanze welken ihre Negativität deinen Geist. Ihre Anwesenheit ist eine klare Erinnerung an das, was der Philosoph Jean-Jacques Rousseau als Amour-Propriet bezeichnete. Eine verzerrte Selbstliebe, die Groll gegen den Erfolg anderer hegt. Der Kritiker ist in einem Vergleichszyklus gefangen und ihre Anwesenheit dient nur dazu, dich in ihr selbstzerstörerisches Spiel zu ziehen. Sich von ihnen zu lösen, ist ein Akt des Widerstands. Es erklärt, dass dein Heiligtum ein Ort des Wachstums und der echten Feier ist. Es ist ein Engagement, das Prinzip zu umarmen, dass eine wahre Gemeinschaft ihre Mitglieder erhebt, individuelle Größe fördert, anstatt sie zu unterdrücken. Der Spiegel des Vergleichs. Ein neidisches Herz kann sich nicht wirklich an den Triumph eines anderen erfreuen. Ihre Auszeichnungen mögen fließen, aber unter der Oberfläche brodelt ein verborgener Wettbewerb. Wie ein verzerrter Spiegel reflektieren sie deine Erfolge mit einem verfälschten Hauch und mindern subtil deine Freude. Diese Energie in deine intimsten Räume zu lassen, bedeutet, ein verzerrtes Bild im Herzen deines Zuhauses aufzuhängen. Dein Selbstbild korrodiert subtil bei jedem Blick. Den Kontakt zu neidischen Menschen abzubrechen ist kein Akt der Arroganz, sondern der Befreiung. Du schützt dein inneres Licht, indem du es nicht anhand einer verfälschten Skala eines anderen misst. Du verstehst, dass dieser Neid nicht dein Problem ist, sondern dass es eine Wahl ist, ihn in der Nähe wohnen zu lassen, die deine Seele belastet und die Zufriedenheit deines Zuhauses verzerrt. Deshalb, wenn du darüber nachdenkst, wen du in dein Leben und in dein Zuhause lässt, entscheide dich dafür, dich mit Menschen zu umgeben, die deine Siege als Leuchtfeuer auf einer gemeinsamen Reise sehen. Sie jubeln deinem Erfolg zu, weil er Licht auf den Weg vorauswirft. Ihre Anwesenheit ist eine klare Reflexion der Größe, die du innehast. Ihre Wärme ein Herd für deine Freude. Der Parasit der Kritik. Unsere Beziehungen bilden ein komplexes Ökosystem. Jede Verbindung formt unsere Reise. Aber unter diesen Bindungen gibt es eine zerstörerische Kraft. Der unerbittliche Kritiker. Freund, Familie, leider können sogar die Djinnigen, die wir lieben, Parasiter werden und lebenswichtige Energie aus deinem Raum saugen. Der unerbittliche Kritiker kennt keine Jahreszeiten. Ihre Missbilligung kann jederzeit herabregnen und deinen Geist wie ein unerwarteter Frost abkühlen. Ihre Anwesenheit vergiftet das Vertrauen, hinterlässt nur Eierschalen, wo Unterstützung einmal war. Sie verschmutzen die Atmosphäre deines Zuhauses, ersetzen Offenherzigkeit durch ständige Angst und Unruhe. Dies ist keine akzeptable Schwäche. Es ist ein Angriff auf die Gelassenheit, die du verdienst. Dieses Verhalten zu konfrontieren und letztendlich Grenzen zu ziehen, erfordert immense Tapferkeit. Dieser Kampf wird für dein Recht geführt, zu gedeihen, sich von den Verbindungen zu ernähren, die du wählst. Die Ablehnung dieser Negativität geht nicht um Wut, sondern um Erhaltung. Indem du Grenzen setzt, reklamierst du dein Recht auf eine blühende Umgebung. Dein Zuhause sollte ein lebendiger Garten sein. Kein ödes Feld, das von Kritik erstickt wird. Den Schutz deines Heiligtums. Dieser mutige Standpunkt schützt deinen inneren Frieden wie ein Wachposten, der einen heiligen Tempel bewacht. Deine Entscheidung sendet eine kraftvolle Botschaft an das Universum. Du ehrest dich selbst über alles andere. Respekt ist der Grundstein, auf dem gesunde Beziehungen aufgebaut sind und niemand, egal wie nahe er ist, hat das Recht, ihn zu untergraben. Deshalb, wenn der unerbittliche Kritiker unser Leben betritt, stehen wir vor einer Wahl. Erlauben wir ihren harten Urteilen, endlos in unseren Mauern zu hallen oder fordern wir unseren Raum als ein Heiligtum der Akzeptanz, Unterstützung und des Wachstums zurück? Den Kontakt zu verlieren mag drastisch erscheinen, aber es ist ein tiefgreifender Akt der Selbstliebe und ein Bekenntnis zur nährenden Umgebung, die du verdienst. Die Gezeiten der menschlichen Verbindung können uns in gefährliche Gewässer führen, die ein wachsames Auge und eine feste moralische Grundlage erfordern. Dies ist besonders wahr, wenn wir es mit dem Marionettenspieler zu tun haben. Vermummt im Gewand der Freundschaft oder der familiären Pflicht führen sie eine gruselige Macht, die Wahrheit umformen, deinen Verstand formen, sogar subtil deinen Willen beeinflussen. Alles, um ihre verborgene Agenda zu bedienen. Ihre Anwesenheit ist wie ein einsickernder Nebel, der dein Urteilsvermögen trübt, deinen Weg verdunkelt. Sie nutzen die Verwundbarkeiten aus, die du geteilt hast. Deine Ängste, Hoffnungen und Reue werden zu Werkzeugen in einem heimtückischen Spiel, das du vielleicht nicht einmal erkennst, das du spielst. Ihre Berührung ist keine Liebkosung, sondern eine verkleidete Fessel. Jedes Wort ist ein berechneter Faden. Zweifel in ein Netz der Abhängigkeit gewoben, entworfen, um dich zu verwickeln, deine Stärke abzusaugen. Wahre Manipulation ist nicht nur ein Charakterfehler, es ist eine strategische Waffe. Sie streben nach Kontrolle und dein Wohlergehen ist einfach eine Figur, die geopfert werden soll. Den Marionettenspieler zu konfrontieren und sich gegebenenfalls zurückzuziehen, ist eine Schlacht, bei der Mut aus Intellekt und Intuition geschmiedet wird. Es bedeutet zu lernen, durch ihre aufwendige Performance zu sehen, die leeren Versprechungen, die hergestellte Schuld, die endlosen Zyklen des Dramas. Sich zu distanzieren ist keine Kapitulation, es ist ein Akt der Befreiung. Ein Zeugnis dafür, dass deine Freiheit, dein Geist, nicht verhandelbar ist. Der Grenzenlosmacher. Die Navigation des komplizierten Tanzes menschlicher Verbindungen erfordert einen fein abgestimmten inneren Kompass. Dies trifft besonders zu, wenn wir auf den Grenzenlosmacher stoßen. Diese Figur mit ihrer hartnäckigen Missachtung persönlicher Grenzen taucht wie eine heranrückende Flut auf, die das Gleichgewicht unserer heiligsten Räume, unser Zuhause, unser Herz bedroht. Mit ihnen zu leben ist wie in einem Haus auf Treibsand zu wohnen. Der Boden unter deinen Füßen fühlt sich instabil und unsicher an. Der Grenzenlosmacher erkennt die Wände nicht an, die deine private Welt von ihrer trennen sollten. Ihre Bedürfnisse und Wünsche dringen in jede Ecke ein, ihre Anwesenheit, ein ständiges Gewicht, das von allen Seiten hereindrängt. Diese unerbittliche Eindringung erschöpft nicht nur deine Reserven, sondern untergräbt dein grundlegendes Selbstgefühl. Wie Wasser, das den Stein abträgt, zehrt ihre fehlende Respektlosigkeit langsam am Vertrauen und an der Sicherheit, die du in deinen Beziehungen verdienst. Grenzen mit dem grenzenlosen Individuum zu setzen, ist ein Akt der Selbstbewahrung, eine Erklärung deines Werts. Es ist eine Rückeroberung der Kontrolle über dein eigenes Leben und deinen eigenen Raum. Auch wenn es schwierig ist, ist es eine Notwendigkeit für inneren Frieden und die Gesundheit deiner wichtigsten Verbindungen. Zu lernen, deine Bedürfnisse klar zu äußern, klare Grenzen zu ziehen, die nicht ignoriert werden können, und diese Grenzen mit unerschütterlicher Entschlossenheit zu kommunizieren. Das ist der Weg, wie du Gleichgewicht findest. Es kann notwendig sein, Bindungen vollständig zu trennen oder die Bedingungen der Beziehung grundlegend zu ändern. Das ist keine Grausamkeit, sondern ein Akt tiefen Selbstrespekts. Die Priorisierung deiner eigenen Bedürfnisse ist keine Selbstsucht. Es ist das Pflanzen der Samen zukünftigen Wachstums. Es gibt dir die beste Chance zu erblühen. Wenn wir Beziehungen navigieren, erinnere dich daran. Diejenigen, die deine Grenzen wirklich respektieren, sind der Boden für wahre Verbindungen. Bindungen mit denen zu trennen, die sie missagten, ist nicht herzlos. Es ist die Priorisierung von Qualität, die Auswahl der Beziehungen, die dein Wachstum bewässern und deinen Geist zur Sonne strecken lassen. Idealerweise wäre jede Interaktion ein Strahl von Wärme, der unser Potenzial fördert. Leider ähneln einige Menschen emotionalen Hurrikanen, die Verwüstung hinterlassen. Sie greifen nicht nur unseren Frieden an, sondern auch das Heiligtum unseres Zuhauses. Einst ein Zufluchtsort wird unser persönlicher Raum zu einem Schlachtfeld, gezeichnet von Unruhe, Traurigkeit, manchmal sogar Angst. Der Toxische trägt viele Masken. Ihre Waffe kann ein Trommelfeuer der Negativität sein, das deinen Selbstwert Tropfen für Tropfen erodiert. Oder heimtückisches Gaslighting, das deinen Griff auf die Realität verändert. Ihre Werkseuge könnten verletzende Bemerkungen, Schuldgefühle oder das Isolieren sein, um ihren Griff zu festigen. Das Ergebnis ist dasselbe. Verwirrung, Selbstvorwürfe, Schuld. Wunden, die dort zugefügt werden, wo du dich am sichersten fühlen solltest. So wie Schimmel unbemerkt wächst und die Struktur eines Gebäudes schwächt, kann Toxizität durch die kleinsten Lücken in unseren Verteidigungen sickern. Es untergräbt das Selbstgefühl, das jede gesunde Beziehung stärken sollte. Das Identifizieren und die Distanzierung von diesen Personen ist eine komplexe Reise, besonders wenn sie enge Freunde oder Familie sind. Aber deinen vitalen Raum zu schützen, sowohl geistig als auch physisch, ist der erste Schritt, um ein blühendes, internes Ökosystem aufzubauen. Die Entfernung dieser toxischen Einflüsse ist keine Aggression. Es ist eine Rückeroberung des Territoriums, ein Schritt in Richtung Autonomie und Frieden. Unser Zuhause vor toxischen Energien zu schützen, ist unerlässlich, damit es unser Zufluchtsort sein kann, ein Ort der Zuflucht und des Potenzials. Das Geflecht menschlicher Verbundenheit ist mit vielen Fäden gewoben. Einige lebhaft, andere ausgefranst. Unter diesen ist der Energiedieb, eine Figur, deren Umlaufbahn das Licht aus deinem Leben zieht. Sie spinnen Geschickten des Allens. Jede Missgeschick ein Asteroid, der auf ihre Fragile Welt zurast. Ihre Bühne ist ein Heiligtum, ihr Drama eine erdrückende Kraft. Der Energiedieb malt ein Bild von sich selbst als kosmischer Punchingball, ständig zerschlagen von den unaufhörlichen Schlägen des Schicksals. Verantwortung ist ein fremder Planet in ihrer Galaxie. Selbstuntersuchung verloren im schwarzen Loch der Schuldzuweisung. Ihre Vorführung sucht nicht nur, ihre Trägheit zu rechtfertigen, sondern deine Realität zu verzerren. Versuche, Lösungen zu beleuchten, verschwinden in diesem Abgrund und lassen deinen inneren Frieden verwüstet zurück. Jede Interaktion wird zu einem schwarzen Loch, jede Begegnung saugt deine vitale Kraft ab. Sie ernähren sich nicht von böser Absicht, sondern von der Empathie, die sie erschöpfen und perpetuieren einen Zyklus erlernter Hilflosigkeit und Verzweiflung. Die Verbindung zu dem Energiedieb zu kappen ist kein gefühlloser Akt, sondern ein mutiges Pflegen deines inneren Gartens. Es ist ein Raum, der dazu bestimmt ist, lebhafte Blüten der Widerstandsfähigkeit und des Wachstums zu pflegen, nicht parassitäre Ranken der Negativität. Ware mit Gefühl liegt darin, einen Wendel hin zu einem fruchtbaren Boden zu fördern, auf dem Verantwortung und positive Handlungen Wurzeln schlagen können. Denn selbst der Energiedieb, gefangen in der kargen Erde der Selbstmitleid, könnte eines Tages lernen, seine eigenen Samen der Stärke zu kultivieren. Denke daran, wenn die Gravitationskraft des Energiediebs droht, dich in seine Umlaufbahn zu ziehen, besitzt du den strahlenden Kern eines Sterns. Grenzen mit ihnen zu setzen, ist ein Akt der Selbstbewahrung, eine Erklärung, dass deine innere Welt ein blühendes Ökosystem ist, das dazu bestimmt ist, dein eigenes einzigartiges Licht zu nähren und die Stärke zu fördern, um zu erblühen. Denke an deinen Geist wie an einen prächtigen Baum, dessen Wurzeln im Selbstwert verankert sind, dessen Äste nach dem Licht des Wachstums greifen. Aber manchmal ziehen Sturmwolken auf, Menschen, deren Negativität, Kritik oder Selbstbezogenheit einen Schatten über dein Potenzial werfen. Sich vor ihrem emotionalen Wetter zu schützen, ist keine Selbstsucht, sondern lebenswichtige Selbstfürsorge. Wenn wir diese Erkundung schwieriger Beziehungen abschließen, denke daran. Festgesetzte Grenzen zu etablieren, erfordert immense Tapferkeit. Besonders bei geliebten Menschen ist es ein Kampf, der im Inneren geführt wird. Aber hier ist die ermutigende Wahrheit. Gesunde Grenzen sind eine Erklärung, dass du keine verminderte Version von dir selbst mehr akzeptieren wirst. Die Entscheidung, sich von diesen Menschen zurückzuziehen, geht nicht nur darum, Negativität zu vermeiden. Es ist eine Pflanzung in fruchtbarem Boden. Es bedeutet zu sagen, ich verdiene ein Leben, in dem ich ohne die Angst, in jemandes Schatten verkümmert zu werden, blühe. Nun, nimm dir einen Moment Zeit und stelle dir deinen prächtigen Baum vor. Gibt es Beziehungen, die sich wie umklammernde Ranken anfühlen, die deine Energie abzapfen, ohne Unterstützung zu bieten? Gibt es diejenigen, die Zweifel hinterlassen, die deinen Glanz trüben? Das Ergebnis, ein lebendiges Ökosystem echter Verbundenheit. In dem sowohl du als auch diejenigen, die du liebst, gedeihen können. Denke daran. Deine Grenzen sind der schützende Zaun um einen blühenden Geist. Ehre sie und du wirst das Licht anziehen, nachdem du dich sehnst und diejenigen anziehen, die an deinem Wachstum teilhaben wollen. Nicht darin. So erschaffst du ein Leben wahrer Erfüllung und Authentizität. Bereit, weiterzuwachsen? Klicke auf das nächste Video, um die Kraft deines Zwecks freizuschalten. Dein Wachstum ist die wichtigste Reise von allen. Teile unten, was bei dir Anklang gefunden hat. Wie schützt du dein inneres Licht? Wir sind mächtig, wenn wir einander unterstützen.